Jetzt neu bei uns. Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei tanjalevyvocalstudio.com. Übungspakete gibt es schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mixed Voice? Und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt dein Übungspaket oder starte mit Gesangsunterricht auf tanjalevyvocalstudio.com. Und nicht den, und nicht den Segel wieder. Besser. Und dann machst du sogar automatisch schon die Diva-Nose. Sehr gut, ja, ist gut. Ja, aber gut, wieder runtergehen. Ja, aber gut, wieder runtergehen. Ja, gut. 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 Musik Auf Ja Und das I ist praktisch mein Einsteiger Ich singe aber nicht die ganze Zeit I Ja Dann wäre ich ja total nasal Das wollen wir nicht Sondern der I ist nur wie so ein Teppich Der hilft mir jetzt an diesen Tönen In diese Töne zu kommen, diese Kraft zu gebrauchen Genau Und wir öffnen bei dem I Ja Also wir haben den I Ja Und das A muss jetzt wieder klar sein Oh, das A hat mir jetzt klar Ich mache nicht Too much twang them Ja, und lasst Ja, gar nicht schlecht Lass aber rechtzeitig los Bei dem Ja haben wir Wie das deutsche Ja eigentlich Da muss es dann einfach offen sein Ja Schon bin ich ins A leere Schon bin ich ins A leere Ja, das ist wie unser deutsches Ja praktisch Wir sind ein bisschen höher Ja Ja Und es ist trotzdem noch ein bisschen zu nasal Aber wir gehen jetzt langsamer hin Und bei dem Ja Ja, da darf halt keine Nasalität mehr sein Ja Das Ja ist dann nur der Einsteiger praktisch Spätestens Also bei dem I Bei dem I ist Nasal Ja Aber ja Und dann, wenn du dich schon Richtung Ja bewegst Dann muss es dann schon offen sein Ja Oh, in dem Moment, wo das Kinn fallen lässt Das Ja anvisiert Das muss offen bleiben Das heißt, das darf halt eben nicht Das muss ein klarer Ja-Sound sein Mhm Wir waren jetzt Waren wir jetzt hier genau Ja 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 Und jetzt musst du richtig Zunge nach vorne dann Kiefer fallen lassen Und ganz klares A Ich kann mich noch einfach schnell Sch Hm Ich kann mich Was? Who I am A real life figure Make believing It's hard to hurt And I'll be all for you I'm not dead And here it's beautiful This man is beautiful I love you I love you And now I'm not dead Ja, ich weiß nicht, wie man in die Kopfstimme kommt. Keine Ahnung. Ja, mach mal einmal. There you go. Das ist deine Kopfstimme. Super. Okay, das ist die Kopfstimme. Das ist die Kopfstimme. So, und das ist die Bruststimme. Prost! Fast. Aber bitte den Mund ein bisschen aufmachen. Es ist dann halt nicht... Ja! Gut. Dann holt doch mal jetzt ganz schnell die Texte. Dann können wir das jetzt zusammen machen. Holt mal eure Texte raus. Genau. So, wer hat denn alles einen Text am Start? Holt mal alle so einen Text rein. Aha, okay, gut. Habt ihr denn den Titel schon mal gemacht? Also wer einen Text hat, der holt mal bitte den Text zu sich. Ich bin dabei. Was ging auch durcheinander? Harn zack, toll, zitter. Gut. Harn zack, toll, zitter. Gut. Harn zack, toll, zitter raus. Ja, fast. Ja, fast. Ja, fast. Gut. Ja, fast. Nein. Gut.